Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von Delta Mike Heavy. Ja Leute, der Grund dieses Videos ist kein anderer als der, dass wir einfach schönes Wetter haben. Ich bin hier oben am Rumeiern, bin gerade schon im Sinkflug aus irgendwie, keine Ahnung, 8000 Fuß oder sowas, wo ich war. Ich weiß nicht mehr ganz genau, oder 7000 irgendwas. Die Sonne scheint, wir haben hier oben ganz lockere 22 Grad, es ist langsam Abend und es ist quasi die Runde, in der ich das Fliegen jetzt gerade ausklingen lasse. Und wir sind hier gerade über Bielefeld, müssten eigentlich so ziemlich genau über dem Kern von Bielefeld tatsächlich sein. Und vielleicht ist unter uns sogar die Schüko Arena, jawohl, da unten ist sie, ich zeige sie euch mal ganz kurz. Eine Sekunde. So, da ist die Schüko Arena, da unten unter der Tragfläche, ihr seht sie alle, da spielt Arminia Bielefeld Fußball, beziehungsweise sie versuchen, sagen wir es mal so. Und was ich eigentlich nur machen wollte, ist, ich bin nach Hause zu nehmen, ich fliege nämlich jetzt wieder nach Hause, bin auf dem Weg nach Örlinghausen und möchte da ganz gerne landen. Das heißt, wir ziehen hier easy peasy schon mal so ein bisschen Gas raus und trimmen den Vogel so, dass wir hier so langsam das Sinken beginnen. Und wir fliegen jetzt einfach mal da hinten auf diese Windräder zu, lassen uns ein bisschen Zeit, das sind wunderbare Bilder gerade. Also die Sicht ist heute richtig, richtig nice. Ich glaube, ich muss hier sogar mal ein kleines Foto machen. Boah, ist das geil. Ja, flutenat. Das sieht natürlich ultra nice aus. Ihr könnt euch das Foto natürlich gerne angucken auf meinem Instagram-Channel. Ich verlinke euch den hier mal gerade. Oh, ist das nice, mein Gott, ey, komplett ohne Filter. Oh, oh, Junge. Schön, schön, schön. Wir sind jetzt hier mittlerweile über dem Teutoburger Wald auf der linken Seite. Wenn wir hier an der Tragfläche rausgucken, schauen wir gerade über den Teutoburger Wald entlang. Unten den Flugplatz Bielefeld Windesbleiche, den werden wir jetzt so ein ganz bisschen umfliegen. Das heißt, wir lassen da etwas Platz für diejenigen, die diesen Flugplatz anfliegen und gehen dann gleich in eine ganz lockere Linkskurve, fliegen dann so ein bisschen auf Schloss heute zu. Das liegt auch da hinten auf der linken Seite. Wenn wir das dann so erreicht haben, melden wir uns bei Erlinghausen, weil wir dann so ungefähr fünf Minuten weg sind, da wir dann nachher wieder über Sennestadt anfliegen werden und dann auf dem Flugplatz Erlinghausen auch landen. Hier oben ist das Wetter jetzt relativ ruhig. Ich bin mal gespannt, wie es gleich unten ist. Ich rechne allerdings mit leichtem Wind aus Osten, das heißt, wir werden so einen leichten Seitenwind nahe von rechts haben beim Anflug, voraussichtlich auf der Piste 04. Das soll uns aber nicht weiter stören. Wir wissen ja, welche Maßnahmen wir ergreifen können, um bei Seitenwind sicher und relativ geschmeidig runterzukommen. Ihr seht, wie viel Zeit ich mir lasse. Ich sinke noch nicht mal mit 500 Fuß pro Minute, sondern ich sinke nur mit 300 Fuß pro Minute und lasse es einfach so, weil es gemütlich ist. Ich habe noch eine ordentliche Strecke vor mir, also eine ordentliche Strecke im Sinne von ein paar Kilometern, aber ich sehe den Flugplatz halt schon. Aber ich kann es ganz ruhig angehen lassen, ganz, ganz ruhig. Und wie gesagt, guter Anflug ist halt die halbe Miete. Guck mal hier unten, da fliegt auch noch mal einer, dann versuche ich euch auch noch mal zu markieren. Auch Wahnsinn, sendet auch nichts, einfach gar nichts. Ey, ohne Scheiß, auf der rechten Seite fliegt ein bekannter von mir. 701! Junge, du lebst noch, wie cool ist es. Ich wusste gar nicht, dass du noch lebst. Der ist 1500 Fuß über mir. Ah, das freut mich gerade richtig. Mit dem habe ich auch mal irgendwann einen Übungsflug gemacht. Der hat eine richtig lustige Maschine. Aber wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Naja, egal, er wird mir auf jeden Fall auf dem Display angezeigt. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ach so, ich habe das als Plus erkannt. Der ist unter uns. Ja, den könnte ich natürlich dann auch never sehen. Hör mal, der hier ist in der Platzrunde, wie so aussieht die, oder? Der fliegt gerade auf die Platzrunde zu. Das Problem ist, der hat ein schwarzes Flugzeug. Und das ist natürlich etwas schwierig zu finden. Egal, 701. Du bist am Start. Das ist cool. Gute Landung wünsche ich dir. So, wir haben es auf 3000 Fuß geschafft. Bei der linken Seite ist das Autobahnkreuz A2, A33. Und wir kreuzen jetzt gleich die A2 in östliche Richtung. Das ist so herrlich, ne? Ich liebe das einfach. Die Sonne geht so langsam unter. Es ist nicht mehr ganz so extrem warm. Es sind lockere 22 Grad hier draußen. Super. Die Sonne ist im Rücken. Das heißt, wir werden von der Sonne auch nicht geblendet. Das ist auch immer sehr wichtig. Ich hasse es, wenn du von der Sonne gegrillt wirst. Kann ich überhaupt nicht ab. Also ist wirklich nicht meins. Und ich liebe es gerade. Man fliegt hier so ganz locker an. Das ist einfach herrlich. Das Einzige, was du ein bisschen beachten musst, sind die Temperaturen. Hat man aber im Griff zur Not, steigt man halt mit etwas Leistung ab. Ist kein Problem. Das ist einfach. Auf der linken Seite haben wir bereits Sennestadt am Start. Das heißt, ich mache jetzt mal gerade meinen Funk und sage in Örlinghausen Bescheid. Örlinghausen Radio, Delta Mike Whisky, Oskar India. Delta Mike Whisky, Oskar India. Delta Mike Whisky, Oskar India. Position aktuell 5 Minuten südlich des Platzes zur Landung. Wir haben also Seitenwind mit 8 bis 13 Knoten, hat er glaube ich gesagt. Das ist schon eigentlich ganz ordentlich. Ich merke hier jetzt schon gerade, ich möchte nach Sennestadt fliegen. Also in diese Richtung circa. Die Nase zeigt in diese Richtung. Also wir haben jetzt schon einen ganz ordentlichen Vorhaltewinkel, muss man sagen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die Landung gleich wird. Ich sehe hier kein Traffic, ich höre kein Traffic. Mir wird kein Traffic angezeigt in Örlinghausen. Keine Ahnung, da ist irgendwie nichts los. Bin ich mal wieder der Einzige, der hier am Fliegen ist? Das kann doch nicht wahr sein, aber ich bin ja nie da. Ich bin ja nie da. Ihr kennt das Video wahrscheinlich, warum ich nie da bin. 1.600 Fuß fliegen exakt an, das ist gut. Wir fliegen exakt auf den Gegenanflug zu. Ich sehe im Querabflug der Piste 04 absolut nichts. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir gerade allein sind. Also drehen wir mal ein. Delta Oster India dreht zentral in den Gegenanflug der Piste 04. Da sind wir dann schon in unserem Gegenanflug. Der Anflug der Piste 04. Wie so eine Keisterstadt irgendwie gerade so. Kein Asch ist am Start, keiner ist im Punkt, nix. Delta Oster India dreht den Querabflug der Piste 04. So, dann nehmen wir mal das Gas ein bisschen raus. Trimmen allerdings etwas nach und werden easy peasy sinken. Hier merkt man auch schon, wir fliegen jetzt gerade mit so ca. 135 kmh Indicated Airspeed an, haben aber nur 100 kmh Ground Speed. Das heißt natürlich, dass wir gleich guten Seitenwind haben werden. Und für unseren Queranflug heißt das gleichzeitig auch, dass der sich natürlich etwas streckt. Das heißt, wir müssen vielleicht etwas Gas stehen lassen, um nicht zu viel Höhe zu verlieren. Da die Strecke sozusagen länger ist als sonst. Nichtsdestotrotz schmeiße ich schon mal die Benzimpumpe an, also die elektronische Benzimpumpe, um die Redundanz für die Benzinversorgung herzustellen. So, jetzt ist noch mehr hier. 130 kmh liegen an. Wir haben nur noch 90 kmh über Grund. Das heißt, das sind mal ganz kurz, fast 40, 45 kmh Gegenwind. Das ist schon ein bisschen was. Ich setz mal die Klappengeschwindigkeit rausnehmen, indem wir die Nase über den Horizont halten. Und dann haben wir die Klappengeschwindigkeit auch schon erreicht und können die Stufe 1 setzen. Haben wir hiermit gemacht. Wunderbar. Etwas nachtrimmen. Ja, der Wind sagt, der weht ganz ordentlich. 090 mit 1,0 Knoten. Das heißt, der kommt exakt aus Osten und zwar mit 10 Knoten. Das sind ca. 18 kmh. Wie rechnet man das so schnell aus? Ganz einfach, Faustformel mal 2 minus 10%. Ja, hier über der Waldkante wird es dann gleich turbulent werden. Das ist auch völlig normal. Das liegt auch daran, dass hier natürlich ordentliche Leerotoren liegen, wenn der Wind da so kräftig drüber bläst. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Manchmal braucht man dann hier auch noch ein bisschen Gas. Hier merkt man jetzt schon, dass es ziemlich ordentlich schaukelt. Macht dann nicht so Bock. So, wir slippen also ein ganz bisschen runter. Boah, hier fällt es richtig hoch. Das ist der Wahnsinn. Nur das rechte Rad nehmen wir. Link ist dazu. Und schon sind wir mal wieder gelandet bei ziemlich krassen Seitenwind. Man kann das technisch natürlich noch ein bisschen sauberer fliegen, aber so funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich hoffe, dass euch dieses ziemlich sinnlose Video irgendwie gefallen hat. Wenn das der Fall sein sollte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Abonniert auch diesen Channel und aktiviert die Glocke, wenn euch der Content, den ich so liefere, generell gefällt. Ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Es ist wirklich so. Ich beantworte jeden Kommentar nach wie vor. Ich wünsche euch always happy landings. Ich wünsche euch always three greens. Wenn ihr einen Retractable G habt, nur dann natürlich. Manche haben es ja, manche nicht. Ihr wisst es selbst. Und ich sage, wir sehen uns im nächsten Video. Und ciao mit Pau. Sollen wir mal ein Selfie machen hier? Ey, mit deinem kleinen Vogel. Da bleiben noch kurz Stähne. Ich komme hier angeholt, mein Freund. So, wie geht das nochmal bleiser, ne? Und wie gesagt, ein guter Abend. Jo, wahrscheinlich. Da sind wir alle. Jo. Boah, kurz verschluckt. Auch nicht schlecht. Jawoll. Ein Selfie. Und ja, Leute. Ich sage, wir sehen uns im Video. Nächste. Yeah. Sieht doch voll geil aus. Ich sehe mega aus, Leute. Ich sehe richtig mega aus. Ich sehe. Und ja. Ich sehe. Ich sehe. Wenn ich sogar wieder.